willkommen zurück bei red talks für unsere let's play city skyline ja das ist eine neue folge aber ich nehme früh auf so ich den früh auf diese teile weil die letzte zeit bin ich nicht so punktlich mit meiner ganze projekt aber ich möchte mich auch entschuldigen und jetzt ja wir haben jetzt unsere neue affe aber da da läuft keine betrieb oder ich habe keine ahnung wie sie das und funktioniert vielleicht muss ich eine neue affe wieder verbinde irgendwie in die starte so am besten muss ich guck das ist auch die sache vielleicht ihre ja das könnte man auch versuche und werden mal sehen was es uns bringen so aber ich brauche keine gute bahnhof jetzt dieses mal brauche ich eine normale affe keine root verbindung möglich ja oder bin ich wieder zu weit ja das ist experiment wieder so erst mal keine root verbindung aber ich weiß nicht warum was sollte für root verbindung problem geben ja aber ich sehe gerade schön da haben sie gesehen da da ist eine schiefe aha aha jetzt jetzt soll das funktionieren wahrscheinlich weil jetzt habe ich mich verbinde mit dieser haben sie gesehen mit dieser route ok dann muss ich auch guckt dass ich verbinde das jetzt die flug dem ab diese affe mit moment moment das werden wir auch jetzt machen weil ich habe jetzt an normale affe zu ja an normale affe verbindung genommen so jetzt muss ich guckt dass ich bin dass auch mit irgendwie eine verkehre ja verkehre werden auch nicht ah jetzt ich sehe schön dass die der schiff kommt der schiff kommt zu uns so die schiffen kommen zu uns vielleicht habe ich etwas gerettet mit dieser ganze sache ich hoffe mal so wasser brauchen wir auch wieder ja wo geht diese schiffe jetzt es funktionieren mit die schiffe aha vielleicht jetzt wäre die guter bahnhof auch auch irgendwie funktioniert so jetzt brauche ich wasser habe ich euch gesagt ja da freue ich mich auch voll und riesig wenn es funktioniert auch mit dir verkehre anbindung zu mit schiffe weil das ist das brauchen wir auch wie gesagt vielleicht ist auch ein neuer schwung bei die entwicklung von unserer stadt sowohl unsere city so mama ihre jawohl und da habe ich auch jetzt noch mal alles da jawohl ja wir haben die erste schiffe voll cool aber ich glaube dass eine affe wird benutzt und der mordere ich habe keine ahnung aber jetzt schaut ihr das an die erste schiffe sind gekommen und er geht auch wieder und die zug funktioniert auch es funktioniert jetzt ach du lieber gott wie lange habe ich gebraucht für diese ganze anrichtung zu starten weil sie haben auch gesehen am anfang kannst am anfang da habe ich so guter bahnhof r gestellt und da war keine zug und da dachte ich auch ja was ist hier los warum kommt keine zug verbindung und jetzt wahrscheinlich jetzt wird die große so industriegebiet ehrlich gesagt im gang gekommen so im gange könnte man noch verfolge dem zug ja das sind zwei zug ja schon mal erst mal erst mal erst mal erst mal erst mal erst mal an in die kamera perspektive moment ich will gucken wo er geht er geht zu schnell ja gut vielleicht sollte man verfolge aber sie haben auch gesehen dass der zug es funktioniert wie die zug guter bahnhof das funktioniert aber das ist doch voll cool moment moment aber ich schau gerade an ja es ist leider mehr an verbindung so das könnte ich nur grad sehen mit euch wieder so so ja ja es ist leider nur eine zug verbindung der funktioniert aber gut das mal auch nicht weil jetzt wäre auch die industriebetriebe auch versorgen und so gut die andere guter bahnhof ja da habe ich auch alles ein verbinde aber es ist leider noch nicht so in betrieb aber es ist trotzdem genial das jetzt funktionieren mit zug alles so wie ich habe mich auch vorgestellt so jetzt ja ich muss gucken ich habe irgendwie weitere zug plane verbindung sie haben auch gesehen aber das macht auch nicht ich kann das auch nicht mal abreißen die tunel aber jetzt super und jetzt ja normal wir dürfen mehr geld gewinnen aha das ist doch super verkehr verkehrroute ja ok gut wo war ich ehrlich gesagt ich habe keine ahnung ok strom ja und jetzt kommt viele zug jetzt super aber was ist mit dem andere affe ist er ne der ist auch nicht im betrieb dem dieser andere affe ja weil irgendwie muss man noch denken über so eine industriegebiet auch nebendran zu stellen ja das könnte man auch jetzt starten das könnte man auch jetzt machen weil irgendwie wir brauchen auch viele arbeitsstellen arbeitsstellen ach die mühle jetzt ein problem mit mühlen ja gut ja ja stimmt ich habe auch keine keine verbindung gemacht oder an mühlanlage habe ich auch nicht nebendran das werde ich auch jetzt mache aber super jetzt in dieser folge ich habe jetzt endlich mal geschafft wie gesagt das ganze guter bahnhof zu start so eine und das ist auch super so jetzt ich guck mal dass ich mal auch mühlanlagen nebendran ja jetzt das ist voll alles ganz und super am arbeit alles so aber jetzt ja wo sollte man diese mühldeponie baue ist auch wieder die sache mühldeponie ja mühldeponie wird auch nicht ganz ok aber gut ich meint da ist nur ihre an verbindung möglich oder muss ich guck das darüber das zu machen ja ok ok wir waren das darüber weil wie gesagt das ist auch nicht gut wenn wenn mühld neben die autobahn oder kann und woher und dann die leute denken danach da ist so viel pollution so staun ja ok da das habe ich noch im griff wie gesagt ich guck das wir sind auch gerade weit weg ja ok nehmen die zug bereich das ist auch ok sowieso das ist guter bahnhof da ist auch keine problem normalerweise so jetzt ok und da werden werde ich auch wahrscheinlich auch neue industrie machen muss mal sehen aber jetzt gerade mal die mühlanlage ja für die arfe ja das ist auch ganz normale und dann machen wir auch nebendran auch irgendwie weil feuerwehr weil könnte man auch nicht wissen was könnte passieren ob einmal das brennt in dem arfe dann haben wir auch irgendwie auch ihr haben auch ein großes risiko ich sehe auch schön dass wir haben auch ein großes risiko mit brennt brand ok dann machen wir noch ein arztpraxis jawohl und dann werde ich sagen machen wir noch eine polizei jawohl da ist auch wieder keine wasser und strom ja gut machen wir auch das ist auch kein thema keine dinge und jetzt ja jetzt strom haben die jawohl ok aber vielleicht sollten wir auch wasser bringen bis eine gewisse so ohne ja ok da könnte man auch sagen ich mal auch wasser 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 ich wollte noch eine ja wohl das ist auch gut wir haben noch eine wasser reserve und diese wasser reserve machen wir hier verbindung sowieso ist alles nicht nicht planen wie es sollte alles aussehen aber katzei dank es funktioniert alles jetzt so gut ja ich habe noch eine straße gemacht aber die straße könnten auch irgendwie wieder verbinden mit darüber dann haben wir auch das geschafft ok gut jetzt brauche ich nicht zu machen ja ok irgendwie können ich jetzt auch starte ein neuer industriebereich das könnte man noch machen aber ist noch die sache ja wir haben hier die guter bahnhof verbunde und ja da muss ich auch kurz überlegen wo kann man noch mit straße alles anbinden ja gut das wäre auch möglich dass wir zieht eine straße bis darüber ja das machen wir auch das machen wir auch gut im defekt neben im defekt nein 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 im defekt lass mal die verbindung mit die gute bahnhof für die moment das ist auch gut verbinden darüber und das soll die ganze wahre so die ganze wahre ja natürlich mit zug kommen zu dem dem diese affe weil auf die affe wir haben auch eine gute potenzielle gemacht jetzt ja wir haben jetzt endlich mal geschafft diese verbindung mit nach hause für neue ware zu anportieren und exportieren und was in die laden war alles leer kommt automatisch jetzt mit die mit die schiffe und dann haben wir auch unsere betriebe die industriebetriebe richtig im laufe jetzt aber jetzt könnte man auch sich überlegen ein kleine so ein kleine industriebereich ihrer zu bauen das werde ich auch machen mit euch da brauchen wir auch wie gesagt wenn industriebereich steht das wäre auch super ok jetzt muss ich nur die sony mache und da machen wir alles mit holz weil pollution oder nehmen aber vielleicht nicht mit holz war man kann es normal industriegebiet sowieso macht das ist auch überhaupt gar kein problem da ist auch die stadt weit weg und sowieso ist alles darüber noch voll und konzern mit vielleicht ihre erwähnen wird stauer kommen so stau werden wahrscheinlich kommen aber das ist noch möglich aber werden mal sehen aber für den moment ich freut mich jetzt endlich mal zu wirklich zu haben die erste schiff anbindung mit diese andere wie kann ich das erkläre mit die andere teile von die mappe verbinden zu habe gut von dem computer muss ich auch sagen aber doch da fast auch lkw darüber wo ich habe auch nicht gesehen da kommt noch ja gut die lkw könnte auch ruhig wieder kommen von der mordere arfe und sowieso ja die genere darüber ja optimal 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 ich habe alles gut geplant aber da frage ich mich auch warum kommt auch lkw darüber ist das auch im betrieb jetzt mittlerweile ich habe auch keine ahnung das ist klar da kommen die schiefe aber ich habe keine ahnung ob ob es kommt wirklich an verbindung jetzt normal schön ich habe das auch verbinden mit raus aber jetzt wir sind auch voll im profi so jetzt war mal auch langsam im minus gewesen aber jetzt steigt sich alles ja gut es dauert nicht mehr lang dass wir erreichen auch große gewinnen jetzt mittlerweile weil jetzt kommen wie gesagt diese schiff verkehre aber jetzt habe ich keine ahnung warum kommt so viel lkw und diese andere affe vorbei wo da kommt auch keine keine schiefe oder ich habe nicht gesehen wo ich habe normalerweise die verbindung gemacht aber muss mal sehen muss mal sehen gut ihrer werden auch die möglichkeit wieder da stehe mit die zucker die die bahnhof ihre aber ich weiß auch nicht wo ist auch alles verbinde das muss ich noch schauen wo gehen unsere ganze türen system mit die bahnhof guter bahnhof das muss ich noch schauen das schauen wir auch noch gerade zusammen moment ja an verbindung geht darüber nehmen wollte man auch keine keine schiffe zug ok nee oder ja ich sieht mal besser ja irgendwie ja eine ok gut ja ich habe auch alles korrekt gemacht normalerweise mit die gute bahnhof verkehr wo das ist auch alles kreuz und quer aber da läuft schau dir das an ihr ist eine tüne da ist noch eine und ja ok gut aber super dass es funktioniert jetzt mitte aber ihre ich habe keine ahnung ich sollte vielleicht noch ja industriebereich machen ihre ok ich guck mal die zeit ok wir haben noch zehn minuten ja die letzte part die war auch lange es tut mir leid ich bin auch immer beschäftigt für euch ok wir bauen jetzt ein neuer industriebereich aber dieser industriebereich sollt wie gesagt nur mit grüne so grüne grüne industrie so ich meint mit holz weil ich wieder auch nicht gerade alles mit mit stau mache und dann sind auch alle bürger krank und da ist auch die stau im immer auch zu rechnen gut mal ein kleiner industriebereich sowieso jetzt guck ich mit wasser weil ich will auch nicht so eine riesige große geland mache das sollte auch irgendwie noch was möglich seine aber ich freue mich dass die erste schiff sind in betriebe und da da wird jetzt die annahme in die stadt kommen weil damals war die normale annahme aber ohne unsere große export mit unsere gute jetzt mit die gute wird alles verkauft und auch wieder geliefert und ja das ist doch eine super sache so jetzt brauche ich noch jawohl ich will jetzt statt vierte lösche stadt für farblich schmack hier ja und ihr mama alles mit holz gewerbsspezialität ja industrie nur alles grüne jawohl so jetzt mal sehen jetzt sollte noch ein paar noch industrie kommen ja in diese kleine industrie viertel als sowieso wir haben jetzt auch an affe und ist auch vielleicht eine große möglichkeit für die leute und vielleicht mal irgendwann neue verbindung mit zug weil ich könnte mich noch anbinden mit meine guter bahnhof sowieso weil ich habe noch eine gute bahnhof ja darüber ist noch eine aber dies noch nicht im betrieb aber werden mal sehen wie das ist auch alles geplant ok jetzt schaut ihr das an das funktioniert jetzt gut mit neuer anwohner das ist auch gerade nicht so alles gut oder tüfe 50.000 ja ok gut es könnte noch viel mehr anwohner kommen das ist auch keine keine problem aber jetzt warum kommt auch keine neue industrie ja das gibt auch keine weil wir haben eine zweite afr soll auch funktionieren normalerweise wenn der lkw darüber für etwas zu liefern dann muss das auch irgendwie an schiefe kommen ich hoffe mal ich habe auch keine ahnung aber ich vermute ja vielleicht ich weiß auch warum es kommt auch keine ja jetzt kommt doch jetzt kommt eine schiefe ja schon schaut ihr das an jetzt jetzt es kommt es kommt jetzt schiefe guter schiefe so schief mit guter das ist auch super und ob wie der das ist auch super gemacht diese animation damals mit sim city das war gar nicht so dass zu sehen das ist doch super jetzt macht er auch lieferung jawohl ok jetzt sollte man auch vielleicht ja ich habe es auch irgendwie geplant eine kleine arztpraxis zu erstellen und dann feuerwehr weil wie gesagt jetzt feuerwehr in der nähe werden auch optimal weil das sind auch viele auch dieses bereit belege ok gut ich weiß auch nicht warum ich könnte auch ok 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 ja jetzt jetzt mal mal richtige gewinne aber jetzt ja jetzt kommt die ganze lkw raus und jawohl da können die auch alles liefern für die staate und jetzt kommt noch eine neue schiefe jetzt kommt verkehr jetzt kommt verkehr mit aber jetzt bin ich gerade schauen wo gehen die alle ja gut das noch alles optimal jetzt es funktioniert es funktioniert gut jetzt in die neue industrie bereich es dauert noch ein paar so vielleicht eine folge bis das etwas kommt aber es ist spitze jetzt funktioniert die gute bahnhof so ein stück funktioniert weil die andere ich glaube das brauche da brauche mal wie gesagt verbindung mit raus mit und jetzt super wenn ich wäre das auch früher denken dass die verbindung mit afel mit guter da werden wir auch keine probleme aber kannst am anfang und dann werde ich auch nicht so viel geld ausgeht für guter bahnhof zu erstellen und ja irgendwie das hat jetzt sich gelöst nach so viel folge ich weiß nicht mehr wieviel der folge ist das aber super jetzt jetzt ist langsam stau aber gut es ist auch normal das stau kommt ok ich werde sagen ich spende diese partie ich bedaube mich noch für zuschauen und jetzt ist alles in betriebe jetzt und jetzt können das auch wieder richtig los geht mit große planung und ja sie werden sehen ich hoffe dass wir erreichen noch jetzt viel anwohner zahlen in die nächste folge bleiben sie dran ich wünsche euch alles gut und tschau macht's gut